Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Beauty Love Adventskalender und wenn du Bock drauf hast mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Optisch gesehen finde ich, ist es einer der schönsten Adventskalender, die ich hier bislang ausgepackt habe, denn hier haben wir ein wirklich wunderschönes weihnachtliches Motiv drauf, die einfach Winterlandschaft mit Schlitten fahren und da ist ein Hund drauf. So, fun! Deswegen ist es für mich einer der schönsten Adventskalender, auch wegen dem Hund, vor allem wegen dem Hund. Ja, ich muss gestehen, wegen dem Hund vor allem, ja, weil ich habe einen Hund. Ich bin Team Hund und nicht Team Katze. Auf jeden Fall habe ich hier den Beauty Love The Natural Box Adventskalender, der 79,95 kostet. Ich habe den auch mal unten in der Infobox verlinkt. Schaut da gerne einfach mal vorbei. Wenn ihr dort Adventskalender oder Produkte oder sonst irgendwas bestellt, denkt auf jeden Fall dran, dass ihr die Cashback-Geschichten halt auch irgendwie mit aktiviert, ne? Weil das gibt euch einfach bares Geld zurück. Auch da alles dazu in der Infobox. Da ist jetzt keine Kooperation von meiner Seite mit Igral zum Beispiel. Das ist einfach nur, dass ich damals über Mama Co. Beauty dort mich angemeldet habe und einfach jetzt gerade durch die ganzen Adventskalender oder jetzt kurz vor Weihnachten, Leute, kurz vor Black Friday, da kannst du richtig gut was zurückkriegen an Monedas. Und das ist nicht verkehrt, wenn man so viel Geld raushaut, wie ich aktuell. Auf jeden Fall, ja, 79,95 soll irgendwie 330 Euro Warnwert beinhalten. Und da bin ich extrem gespannt, was der Inhalt sein wird, denn da haben wir dieses Jahr keinen Spoiler auf der Homepage gehabt. Schauen wir mal rein. Oh mein Gott. Wir haben hier auch tatsächlich drumherum überall Falala, Falala stehen. Und das finde ich ja schon mal großartig. Das Ganze startet mit Sassy Beauty oder Sassy Beauty Matte Perfecting Loose Powder with Shine Control Effect. Sehr interessant. Also quasi ein mattierendes Gesichtspuder, was sich im Übrigen super schwer anfühlt. Ich habe letztens für einen anderen Adventskalender Sassy Beauty recherchiert. Und irgendwie habe ich keine Preise dazu gefunden. Ich hoffe, dass ich hierzu einen Preis finde. Ansonsten muss ich hier auch wieder schätzen. Es ist ein Glastiegel, was man einfach bei Puder so selten hat. Und das sieht alles andere als matt aus. Egal. Ohne Tierversuche und so weiter und so fort. Hier haben wir 16,5 Gramm drin. Also das ist hochwertiger als jedes Lancoum Puder oder sonst irgendwas, was ich hier bislang hatte. Krass. It's the most wonderful time of the year. Die Nummer 2. Oh mein Gott, ich habe einen Ohrwurm. Unser erstes Füllprodukt fällt mir in die Hände. Es ist offensichtlich von keiner Marke. Das heißt, ich werde es einfach mal schätzen. Ich finde, die Pinzetten sind dieses Jahr... Ja moin. Das Füllprodukt des Jahres, oder? Also in... Also wirklich. In so vielen Adventskalendern hatte ich Pinzetten drin. Ich habe es schon mal letztens gesagt. Eine Ode an die Pinzetten bei uns im Haushalt sind schwarze Löcher, wo tatsächlich auch Pinzetten verschwinden. Und wir brauchen sie sehr häufig. Also von daher. Ich finde es cool, dass wir die drin haben. Oh mein Gott. Die Nummer 3 hat hier auch so... Oh. So einen Nussknacker drauf, den man ausmalen kann, wenn man möchte. Und hier ist eine prima Ballerina drauf. Ist schon hübsch gemacht. Also das ist wirklich... Das ist so ein geiler optisch mega schöner Adventskalender. Und hier haben wir von Foamy die feste Gesichtsreinigung drin. Für normale bis trockene Haut. Milde Reinigung mit Aloe Vera. Die habe ich auch schon mal verwendet und aufgebraucht. Und finde die eigentlich ganz gut. Das Einzige, was ich hier dran zu bemängeln habe, ist... Du kannst sie halt nicht aufhängen oder so. Du hältst die ja an dem Produkt selber fest. Und ja, irgendwann ist es halt einfach nicht mehr vorhanden. Und du reibst dir nur noch mit so einem Ministück Seife übers Gesicht. Wobei es gar keine Seife ist, aber trotzdem. Hat gut gereinigt. Und hat auch seinen Zweck ganz gut bei mir erfüllt. Rezept gebrannte Mandeln. Finde ich ganz schön cool. Auf der Nummer 4. Hier haben wir was zum Pumpen von Sookin. Ein Cleansing Gel. Okay, jetzt zwei Reinigungsviecher hintereinander. Kritisch. Sensitive finde ich schon mal positiv. Für sensible Haut halt. 125 Milliliter. Ja, gut. Kann man sich theoretisch dann eins von den beiden aussuchen, was man lieber verwenden möchte. So. Hätte ich jetzt ein bisschen anders verteilt. Die Nummer 5. Hier haben wir auch was Klassisches drin. Zum einen klassisch im Adventskalender an sich. Weil Lippenpflege, das ist halt jetzt einfach so ein Weihnachts- oder Winterprodukt, ne. Und dieses, diese Be Natural Lip Balm Viecher finden wir jetzt auch öfters mal in Adventskalendern. Das ist jetzt Coconut Vanilla von der Duft- und Geschmacksrichtung her. Und ist ein Lippenbeißer. Kann man gut gebrauchen. Trockene Lippen, rissige Lippen. Ja. Ist gut. Bislang hatten wir einen Gesichts-Adventskalender. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob Nikolaus das ändern wird. Oder der Weihnachtsmann. Ja, nö. Aber ist jetzt auch nicht schlimm. Weil von Avant einfach mal was drin zu haben ist hart, ne. Shea Butter. Rice Bran. Bran? Rice Bran? Panthenol. Poly D10. Age Radiance. 8 Hour Radiance Renewal Sleeping Mask. Ich glaube, das kostet 100 Tacken. 50 Milliliter haben wir hier drin enthalten. Also das ist quasi eine Nachtcreme. Kannst du als Nachtmaske verwenden. Oder halt als Nachtcreme. Das ist eine Nachtcreme. Das ist sackenteuer. Das ist... Ich glaube, das kostet so viel wie der ganze Adventskalender. Das heißt, du kaufst dieses Produkt und kriegst den ganzen anderen Gedünsen für Ome mit dabei. Nett. Die Nummer 7. Okay, ja. Auch das ist ein Produkt, was wir in der Beauty Love The Natural Box sogar schon mal drin hatten, glaube ich. Von Beeskin. Ein Bienenwachstuch. Die Alternative zu Plastikfolie. Ja, das ist in der Größe S. 17 x 17 cm ist das groß. Und das ist halt ein Tuch, was wirklich aus Bienenwachs besteht. Und das kannst du mit der Handwärme halt bewegen, in Anführungsstrichen. Also du machst es dann über ein Glas drüber oder über eine Schale oder so, wo du halt keinen Deckel für hast. Und kannst es dann so in den Kühlschrank stellen. Dadurch, dass es im Kühlschrank ist und kalt wird, wird es fest. Und das ist dann halt wirklich wie ein schließender Deckel. Kannst du natürlich jetzt nicht stürzen und dann fließt nichts raus. Das braucht man sich nicht vorstellen. Aber du kannst es dann halt nachher wieder abwaschen und wieder neu verwenden. Und das ist schon eine ganz gute Geschichte, wenn du eine Alternative zu Plastikfolie, Alufolie und sowas suchst. Und das finde ich gut. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht und die ist extrem schwer. Also entweder haben wir hier eine große Gesichtscreme drin oder eine Kerze oder sowas. Oder, was ist das denn? Geil, heißer Bio-Honig mit Thymian. Heiß genießen in der Kältungszeit. Interessant. Ideal als Heißgetränk. Äh, 125 Gramm. Cremige Bio-Honig-Zubereitung mit Thymian. Okay, also kann man sich das dann einfach warm machen und löffeln? Ist es nicht dafür ein bisschen teuer? Ich weiß nicht, was das kostet. Ich glaube, die Marke Natur Bell, Bees Nature, die gibt es mittlerweile auch, glaube ich. Da habe ich nämlich Manuka-Honig-Bormons auch schon von gesehen. Im Rossmann oder DM, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall bin ich da mal sehr interessiert dran. Ich hatte letztens eine dicke, fette Erkältung. Da hätte ich das sehr gut gebrauchen können. Da habe ich mir tatsächlich den klassischen Honig aus dem Glas gegönnt. Aber sehr geil. Die Nummer 9 wird uns hoffentlich weiterhin erfreuen. Und hier haben wir was zu naschen drin. Zwei Sachen zu naschen. Sehr cool. Und zwar Hans, Hanf und Honig. Kakao-Nips. Nur drei Zutaten. Aha. Das ist einmal hier. Ein so ein Riegel. Und den anderen, den ich hier habe, der ist original. Nur zwei Zutaten. Protein und Hanfsamen. Die genussvolle Hanf-Revolution. Oh mein Gott. Bin ich ja mal sehr gespannt, wie das dann schmeckt. Also ich habe Hanf schon in unterschiedlichsten Produkten zu mir nehmen dürfen. Also halt Beauty-Produkte und CBD-Öl und so ein Kram. Aber ich habe es halt noch nie aktiv gegessen. Bin ich sehr gespannt. Das ist ein Bio-Produkt. Und er enthält jeweils 30 Gramm. Schauen wir mal. Weiter geht's mit der Nummer 10. Das ist eine Gesichtscreme und zwar, sehr interessant, Dermatür Milchgesichtscreme. Reduziert das Spannungsgefühl, unterstützt die natürliche Regeneration der Gesichtshaut. Hydrokomplex. Das ist ja mal interessant. Eine Milchgesichtscreme. Ist es dann von der Konsistenz her Milch oder ist es damit drin? Vor Frost und Hitze schützen. Frei von Paraben, Silikon, Paraffin und frei von Mikroplastik 50ml. Sehr, sehr interessant. Muss ich mir mal genauer angucken. Vor Frost und Hitze schützen. Auch ganz interessant, ne? Liest man selten auf Produkten. Ist auf jeden Fall so ein Plastiktiegel. Mal gucken. Die Nummer 11. Hier haben wir von Skin Chemists London einen Advanced Collagen Facial Toner drin. 60ml mit Kollagen. Ist ja, also es ist ja so, ne? Je älter wir werden und ich glaube auf 25 fängt das an, desto mehr hört das Gesicht auf Kollagen selber wirklich so zu produzieren oder nicht mehr so in dem Maße, sodass man Falten bekommt. Und dann hilft es halt einfach, wenn man da von außen oder von innen nachhilft. Und ja, dann haben wir hier einen Toner für. Und ein Toner ist eine ganz gute Geschichte. Das ist ja meistens so ein bisschen auch so Hautausbalancierend und so weiter. Und bereitet einfach das Gesicht auf die nachfolgende Pflege vor. Nach der Gesichtsreinigung. Finde ich cool. Ich mag Toner. Halbzeit die Nummer 12. Hier habe ich was von Mundmaski drin. Ich mag Mundmaski. Das hier ist das Vitamin Infused Eye Serum. Richtig cool. 30ml sind hier drin enthalten. Und sowas kann man sich entweder anstelle von einer Augencreme aufgeben oder wenn man halt wirklich eine super gepflegte Augenpartie braucht, weil super trocken oder wie auch immer, dann macht man halt erst das drauf, lässt das kurz einwirken und macht darüber dann die reguläre Augencreme. Finde ich schön. Die Nummer 13 ist super leicht. Ach guck, hier haben wir einen Stift drin. Und zwar von Lavera. Ein Soft Lip Liner in der Farbe Plum 04. Das ist ein sehr, sehr dunkler Pflaumeton. Und schaut so aus. Interessant, ne? Also ich sammle ja immer noch so ein bisschen von der einen oder anderen Marke, dass ich dann ja auch vielleicht mal ein Full Face davon schminken kann. Ich bin auch sehr interessiert daran, mal ein Full Face Lavera zu schminken. Deswegen, mal gucken. Auf der Nummer 14 ist ein süßer Schneemann drauf. Das mag ich. Ich mag Schneemänner. Ja, wirklich. Hier haben wir auch wieder was von Suki drin. Und zwar Purely Ageless. Rejuvenating Day Cream. Also quasi eine regenerierende Tagescreme. Und das sind 20ml. Ist dann wieder Anti-Aging. Also den Adventskalender auf jeden Fall nicht unbedingt so für Teenager oder so holen. Also das ist eher etwas, was ich eher an die Frau oder den Mann, der schon ein bisschen betagter ist. Würde ich mich als betagter bezeichnen? Nein, aber trotzdem. Wenn ich Michelle fragen würde, würde sie mir sagen, ich bin alt. Aber nein. Also für jemanden, der halt wirklich schon so ein bisschen auf Anti-Aging achtet. Sonst ist der Adventskalender halt echt nicht so richtig. Auch wenn es vom Optischen her passen würde. Aber ich bin schon beim Fazit. Wir machen weiter. Die Nummer 15. Für mich wäre das ja die perfekte Größe, um eine Kerze reinzupacken. Kalt Porzellan selber machen. Okay. Also das sind halt wirklich interessante Sachen, die hier auch draufstehen. Aber hier haben wir keine Kerze drin. Hier haben wir zwei Sachen drin. Sehr cool. Zuallererst von Finigrana. Eine Aleppo-Seife aus reinem Olivenöl. 25 Gramm. Ja, sowas ist ja glaube ich irgendwie sehr reinigend und so. Ich glaube Aleppo-Seife kannst du halt sowohl für Gesicht als auch für Körper verwenden und für Hände und so weiter. Und es darf sich nur die Seife Aleppo-Seife nennen, die wirklich in Aleppo auch hergestellt wird. Irgendwie so habe ich mal irgendwo gehört. Und deswegen, ja. Riecht auf jeden Fall sehr natürlich. Und dann haben wir hier noch eine Orange Limette Savant de Midi. Ja, mit Karité-Butter und Vegetal. Irgendwelche Ruehlöle. Äh, hier, Öle, Vegetal, Wege, weiß ich nicht. Feine Seifen aus Frankreich. Ähm, ja. Äh, wie viel Gramm? 100 Gramm sind hier drin enthalten. Und die riecht halt wirklich sehr, sehr zietrisch, ne? Sowas kann ich gut mir vorstellen, einfach ein Badezimmer bei uns in der Seifenschale zu haben. Oder ich verwende sowas auch ganz gerne, um meine Pinsel zu reinigen, weil das sehr gut reinigt halt. Die Nummer 16. Ist auch wieder sehr leicht. Oh, Banana Beauty Get in Line Baby Basic Bitch. Das ist ein ganz cooler Eyeliner. Und, äh, letztens hatte ich Mädelsabend. Und da habe ich einer Freundin von mir, die sich einfach einen tiefschwarzen Eyeliner gewünscht hat. Mein Basic Bitch Eyeliner geschenkt von Banana Beauty. Und, äh, Karma bringt ihn halt immer wieder gerne zu mir zurück. Und das ist jetzt schon der zweite oder der dritte, den ich in den Händen halte, nachdem ich ihr den geschenkt habe. Was ziemlich witzig ist. Aber ohne Witz, Leute. Das ist ein ganz, ganz guter Eyeliner. Und der kostet ja 24,99, ne? Deswegen ist schon Hammer, dass es einfach mit drin ist. Und so kriegen wir auch irgendwann unsere 330 Euro wert zusammen hier. Die Nummer 17. Christmas Loading steht hier drauf. Und die haben hier eine Lidschattenpalette drin. Ich finde es klasse, wenn wir in Adventskalendern Lidschattenpaletten drin haben. Natürlich besitze ich eine ganze Ecke an Lidschattenpaletten. Aber ich versuche das halt so zu beurteilen, wie jemand, der den Adventskalender halt ganz fresh so auspackt. Und da würde ich mich einfach drüber freuen. Die müsste ich sogar da haben. Von Alverde Naturkosmetik in der Farbe 30, Rosy Favorites, habe ich diese Lidschattenpalette hier drin. Und, äh, ja. Das ist halt einfach so eine klassische Alltagstöne, ähm, Lidschattenpalette. Und deswegen finde ich das echt schön, dass die mit drin ist. Herzlich Willkommen in der Weihnachtswoche. Und hier steht drauf, Trust the Magic of New Beginnings. Also du sollst der Magie von Neuanfängen vertrauen. Und, ähm, trifft auf niemanden besser zu, als auf mich aktuell. Also, ja, safe, Leute. Ähm, hier habe ich von We Love ein Deodorant drin. Das ist ein Deo Stick. Lucious Lime, 65 Gramm. Okay, nicht meine Duftrichtung. Ähm, aber ich finde es ziemlich cool, solche Deos, ne? Das sind so Sticks. Und das ist halt ohne Plastik. Du hast halt hier einfach diese Pappverpackung, ne? Und mit der Handwärme kannst du einfach hier oben, also hier unten drückst du rein. Und dann kannst du das Ding halt rausschieben. Und dann unter der Achsel, ne? Und dann wieder halt so, dass es Deo wird. Aber ich mag halt keinen Limettenduft. Wow, die Nummer 19 ist ja mal, äh, riesig. Was ist da drin? Irgendwas Großes? Ja, es wird gut ausgefüllt. Ist bestimmt ein Tee, oder? Ja, geil. Pucker, Wildapfel und Zimt. Ein Bio-Früchte-Tee. Äh, sonnendurchfluteter, warmherziger, äh, warmwürziger Obstgarten. 20 Teebeutel. Passt. Definitiv, ne? Also das ist, äh, schön für den, für die Adventszeit. Und, wow, das riecht halt auch wirklich wie Glühwein, ne? Nur halt ohne Alkohol. Mega cool. Die Nummer 20. Oh, hier haben wir so ein Rollfeed drin von, äh, Tau. Ah, das ist Schlafgut. Aroma Roll-On. Richtig cool. Also das, das finde ich sehr sympathisch. Und das ist so mit, äh, Lavendel und Orange. Ich mag gerne sowas. Also das hier quasi als, äh, Kissen-Spray, ne? Mit Orange und Lavendel. Weil da kann man immer so eins ab mit eins schlafen. Und wenn man halt einfach nicht die Möglichkeit hat, sowas zu, äh, sprühen, dann nimmt man halt diesen Roller und kann ihn sich halt so unter die, hinter die Ohren machen. Ist, glaube ich, auch ganz gut zum Verreisen. Also wenn man so über die Feiertage bei der Familie ist oder so, dann kann man damit auf jeden Fall schön einschlafen. Auch die Nummer 21 hat eine charmante Größe. Ich mag das immer, wenn es so groß ist, ne? Finde ich klasse. Ja, die obligatorische Handcreme darf nicht fehlen. Kneipp Rezeptur ohne Mikroplastik. Mandelblütenhautzart. Sensitiv Handcreme mit Mandelöl. Beschützt trockene und sensible Haut. Und hier sind 75 Milliliter drin. Jo, ne? Ich mag diese Mandelblütenhautzartgeschichte super gerne. Von Kneipp riecht unfassbar gut. Hat ein bisschen auch was von Ritual of Sakura, obwohl das eher Kirschblüte ist. Aber trotzdem, das riecht schon sehr verwandt, sagen wir einfach mal. Und, ja, ist cool. Weil wenn man vom Schneeschippen wieder reinkommt, dann brauchen die Hände halt ordentlich Liebe. Egal. Die Nummer 22. Ich glaube nicht, dass wir im Dezember Schnee haben. So wie das bei uns ist, kriegen wir das so im Februar oder so wieder. Pasa ist hier auch mit am Start. Und hier haben wir so Haarklammern drin. With Love for Nature. Kunststoff aus nachwachsenden Rohstoffen. Das ist sehr charmant. Und da kann man sich dann die Weihnachtsfrisur mitmachen. Ich hätte es wahrscheinlich ein bisschen schöner gefunden, wenn die jetzt wirklich in Gold oder so gewesen wären. Und nicht in Schwarz, ne. Aber trotzdem, ich weiß noch, damals habe ich super gerne eben solche Haarklammern genommen, um mir ganz wilde Frisuren zu machen. Also in meiner Zeit, in meiner wirklich Vorpubertät, bevor ich Punk geworden bin, habe ich mir die verrücktesten Frisuren gemacht. Bin mit blauem Lidschatten und mit pinken Lippen durch die Gegend gelaufen. Und habe sowas verwendet, wenn ich zum Beispiel mir so zwei Kringel an der Seite gemacht habe. Und dann habe ich die immer so mit eben genau solchen kleinen Klemmerchen festgesteckt. Oder was ist das? Das sind Klammern. Keine Ahnung. Greifern. Und die hatte ich in allen möglichen bunten Farben. Und das habe ich geliebt. Ja, cool. Flashback, Flashback für die Kindheit. Die Nummer 23, der Tag für Heiligabend. Hier könnte irgendwas so zur Entspannung nochmal drin sein. Wir hatten bislang, glaube ich, keine wirkliche Gesichtsmaske hier mit drin. Vielleicht auch irgendwas zum Baden oder so. Todesmeersalbe. Okay, von Chebensmeet Plus. Ultrasensitive, beruhigt, gereizte Haut, pflegt intensiv. Okay. Ja. Hilft bei Neurodermitis und Schuppenflechte. Okay, dann weiß ich ganz genau, in wen ich das geben kann. 100 Milliliter sind hier drin enthalten. Und ja, klar. Jetzt so Winterzeit, da kommen eben solche Hautkrankheiten oder Hautprobleme, die man hat. Also sei es Schuppenflechte, sei es Neurodermitis, sei es Rosazea oder sowas. Kommt einfach intensiv nochmal durch diese heiß-kalt-heiß-kalt-Geschichte oder warm-kalt-warm-kalt-Geschichte. Weil du jetzt viel krassere Temperaturunterschiede zwischen innen und außen halt hast. Kommen die einfach viel mehr dran. Und die Luft ist halt viel trockener. Deswegen ist sowas für viele Gold wert. Sehr, sehr, sehr wahrscheinlich. Jetzt bin ich gespannt auf die Nummer 24, was da wohl drin ist. Merry Christmas und ein Handelbaum ist da drauf. Hier haben wir noch was von Sessi Beauty. Scheint irgendwie jetzt so im Kommen zu sein, ne? Fluff Kabuki Brush with Soft Fluffy Hair haben wir hier drin. Okay, ja, ein Kabuki Brush kannst du jetzt auf jeden Fall auch gut für das Puder mitverwenden, ne? Also das ist auf jeden Fall gut überlegt. Ich persönlich aber, das ist halt nur meine persönliche Geschichte, verwende halt keine Kabuki-Pinsel. Ähm, der fühlt sich aber schön an. Also sowas finde ich, ich hab mir sowas halt dekorativ hier an der Seite zum Beispiel super viele hingestellt. Aber ich verwende sie halt nicht, weil ich die Reinigung so aufwendig finde, ne? Aber, ähm, definitiv kann man schön verwenden in Kombination mit dem Puder, ne? Dass man dann sich so abpudert und so damit. Ich glaub, das ist auch ganz hübsch und macht auch wohl Spaß. Also, ich finde, wir haben hier einen schönen Adventskalender, der sich auf jeden Fall lohnt, wenn man ihn jemandem schenken möchte, der, ähm, ja schon so ein bisschen pflegeaffin ist. Weil wir haben hier vor allem Pflegeüberschuss. Ähm, wir haben hier wenig Füllprodukte drin. Und der Inhalt spiegelt echt das wieder, was wir normalerweise auch in der Beauty Love The Natural Box finden. Also, sehr natürliche Produkte, die auch, ähm, diese ganze, ja wirklich, das ist dieses, dieses Flair, ne? Dieser Flair, dieses Gedönsen, was halt übermittelt wird, wenn wir auch die Box an sich halt öffnen, ne? Und, ähm, deswegen, also ich finde den Adventskalender passend zur Box und ich finde den Inhalt auch wirklich praktisch. Und gut, ja, mir fehlt ein bisschen Körperpflege, muss ich gestehen, ne? Da hatten wir jetzt gar nicht mal so viel mit dabei. Also, es war halt vor allem bezogen auf das Gesicht. Und, ähm, ja, ich mag's gerne immer ganzheitlich und robbe mich jetzt, äh, wieder heran. Ähm, ich glaube auch 330 Euro, die haben wir schon erreicht, ne? Das wird schon ein guter Wert sein, den wir hier gleich stehen haben oder stehen hatten in der Lampe. Ähm, ja, und das war's jetzt hier von mir. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Ich fühle dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!